Ah, ich hab so viel Spaß mit meinem neuen Muschelauto. Hey, SpongeBob, kann dein dämliches Papier das auch? Leider nicht. Na gut, aber kann dein Papier auch Musik machen? Hurra, hurra, das war grandios. Und durch die ganzen falschen Töne wird's auch viel authentischer. Was? Ich hab keine falschen Töne gespielt. Naja, pass auf, du spielst das so. Aber eigentlich geht's ja so. Also mir persönlich gefällt's ja auch in A-Moll. Ach, so ein Duett unter Kumpels hat doch was, findest du nicht auch? Gib mir mein Papier zurück. Loslassen, hörst du? Ich hab gesagt, loslassen. Gezehr, 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 gezehr. Was soll denn das wieder? Ich kann nicht. Ich hab dir versprochen, auch wenn du mich bittest und bettelst und anflehst, dass ich dir das Papier nicht zurückgebe. Niemals. Das hab ich doch nie im Leben gesagt. Oh doch, das hast du, Thaddeus. Sieh mal. Nimm es, Spongebob, nimm es, bitte. Und versprich mir eins, auch wenn ich dich noch so bitte und bettle und anflehe. Gib mir bloß nicht dieses Stück Papier zurück. Niemals.